Das Ballett ist eine Familie. Du hast nichts anderes. Tanz doch einfach mal mit. Habt ihr gerade tanzen sehen? Naja, es war mein erstes Mal. Ich wohne mal nichts übersehen. Das ist tanzen. Ist wie Strom. Rauscht durch deinen ganzen Körper. Sagt mal, seid ihr Typen eigentlich alle so eingebildet mit euren blöden Street-Dings-Getue? Was denn? Du wolltest es doch wissen, oder nicht? Na komm, mach! Gar nicht schlecht für eine Ballarine. Ey, Mann, die Tigers kommen! Die machen nächste Woche nur dich und so nach Leuten führen. Wollen wir da antreten? Du bist kurz davor, alles zu erreichen, wovon du geträumt hast. Ich werde nicht zulassen, dass du das jetzt einfach so hinwirfst. Ich kann mit dir nicht bei den Tigers antreten. Du checkst es nicht. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll, Marlon. Ich weiß es nicht! Es geht doch darum, was du daraus machst. Du musst deinen Style durchziehen. Ich will tanzen, und zwar mit dir. Let's go! Wir kriegen das hin, oder? Aber die sagen mir, dass wir das schaffen. Denkt an eure Choreo! Scheiß auf die Choreo! Mach die Augen zu und lass dich fallen. Ich fang dich, Bruder. Let's go! No! No! Untertitelung des ZDF, 2020